Das ist Kol HaKul HaKoydich Hasey. Nun sind wir gewohnt. Wenn ein Kind war es um, wo uns ein Buch noch gewöhnt hat, als wir ins Leben erinnern, schlug man sich zwischen der Welt, was heißt eurem Hase und zwischen der Welt, was heißt eurem Habe. Aber bei uns in der Schöne hat der Welt ein anderes Nummern. Sein Muti in der Schöne sprach nicht eurem Hase sondern eurem Hathelus. Ölüm hat Theluis. Die Pirishamilis von Theluis weiß jeder eine. Zieber weiß das. Man kennt euch den Koidisch. Zieber weiß das. Da muss das leider rausgefunden. Aber das ist eine Welt für Mädchen. Aber das ist eine Welt für Mädchen. Das meint an der Schöne im Sogen. Aber das ist der Messias und der Mahiss von der Welt. Ich kann dir die Werte von der Messias Jeschurim von Umfang was der Messias Jeschurim sagt. Als Thomas will sich einmal zu anreden an der Tachlis von wo ist der Heimstand was schaffende Welt ist. Der Welt. An nur zu holen von der Welt. Zu enjoyen der Welt. Sogt ihm das Messias Jeschurim allein. Lachen wir ihm fragen wenn er kommt und zu seinen mittleren Juden zu ihr halt noch als er selber hat. Rauf Menschen sogt ihm das Messias Jeschurim wenn sie kommen und zu seinen mittleren Juden haben sie uns zu trachten im Verstehen sei ihr geht was der Schöne im Sogen er riefen das so und der Ölüm hat es los. Aber dann weiß man an der Pusik sagt Bittchi b'Hashem adayad atziwi zuhoben betochen in hamaibisten V'yivtachi v'chu yoidei shemeichu Nisht nor atziwi amazoloben betochen in hamaibisten nor ametsiyas V'yivtachi v'chu Z'ai sicheren sich in dir de yoidei shemeichu die was kennen in hamaibisten In der dritte Pusik is Asburi ich hagever ashe yivtach v'ashem v'hoi yu hashem v'v'tachoi Geläubt und glicklich ist der Mensch wussis beitach in hamaibisten Is ma meile Is du sind allemins auskick of ein Leben Im probieren eine Kide was sinds Kame probieren sich aneizugeben in dem Welt Is wieviel Scheiches Kamein ins oben mit in bittchi v'ashem adayad in beikker wieviel Scheiches Kamein ins oben mit in buri ich hagever geläubt in gebencht ist der Mensch ashe yivtach v'ashem is jede mensch v'ashem 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 bis es geriefen v'ashem 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 kamere kamere v'ashem v'ashem is ashe yivtach v'ashem 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 is beem is duz is em min duz is em min v'ashem mit betochen duz is em min as v'ashem lenen as v'ashem meint betochen betochen is a ruhigkeit is technique v'ashem in d'ashem is dis in k kan s' k listening v'ashem 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 t'ashem v'ashem der Agmessneifisch, was ein Mensch hat, wenn er etwas mit macht. Sie sehen, wenn er so sein will, an dich. Das ist eine Kette. Aber noch mehr von dem ist, das, was er fehlt, als es in seine Hände zu tauschen, der Matze. Le Muschel. Das, was uns, uns will mit Davonen. Warum kann ein Mensch nicht konzentrieren beim Davonen? Weil das ist bei ihm so ein riechiges Gudel, was nicht zu dir, weil ich ziehe, mir nur beteure das Gdome. Le Muschel. Warum kann ein Mensch nicht da, wenn er mit Menich ist ein Nefisch? Der Tame ist, weil Le Muschel, lass mal sagen, er darf machen, sie ist ein Doktor, sie ist ein Doktor, sie ist ein Doktor, sie ist ein Doktor, sie machen ein Asar-Investment, ein Asar-Investment. So nicht du willst zu reden, als wenn der Mensch soll wenn er dem Kluren, Kluren erminne, der Behird ist, so soll er nicht mehr schauen und so wie er mit Zies. Das heißt, Le Muschel, also wie er mir versteht, es hat sich schon ein bisschen den Menschen in der Welt, aber bis drei Uhr zurück ist es also ein Geheim. Also man hat gesehen, ein Auto fuhren in der Gasse. Man hat gesehen, ein Auto fuhren in der Gasse. Und lass uns sagen, es hat gar ein Tinkler-Fenster. Darf ich steigen, mache ich ein Bein, es ist ein Trachten, sie sagen, ja, du hast drei Wienerweinig, sie nimmst du kein Drei Wienerweinig. Das ist nicht so, weil kein Auto fuhren kann. Das ist auch gut. Also sehen wir mit einem Zieh-Fenster. Ja, das heißt, das muss man in der Gasse. Aber in実ę, also sehen wir mit dem Zieh-Fenster. Wenn der Menge ist, ist, als bei einem alles für in der Gasse, Das heißt, das ist normal. Jetzt, wenn wir uns jetzt, also mit dem Schemeneser, mit dem Burek und Lein, mit dem Kabel schäufe, wilde Bashef, ich soll jetzt trachten, oder etwas ist verkehrt. In dieses Beemmels, an Arichis, ob in der Muschel, also du, kommt Schabbos. Schabbos ist, steht in der Lunge in der Lunge, also ein Mensch, das ist in der Lunge, das ist in der Lunge, das ist in der Lunge, er ist in der Lunge, er ist in der Lunge, das ist in der Lunge, das ist in der Lunge. Das ist in der Lunge. Das heißt, es ist in der Lunge, zu trachten, die Lunge und Lein, das ist in der Lunge. Das sagt man sich, ich kann trachten. Ein Mensch steht, aber nicht, war ein Mann, in der Haltermitte, er steht dort, in der Lunge, steht der, in der Previer zu machen, zu erledigen, weil er kann jetzt, verliehen dort, ein paar Millionen Dollar, er versucht zu machen, eine Chance, von einer Bank, zur zweiten Bank, in der Mann, in der Weisigkeit, ja doch, nicht doch, und so kommt das Mann, er darf jetzt, wenn du sagst, ich tue nicht hin, fein, ich tue nicht hin, du sagst, ich tue nicht hin, du sagst, es darf sagen, kilikommelachtechuasie, was heißt kilikommelachtechuasie, ich tue nicht hin, ich tue nicht hin, ich kann nicht auf jeden Fall sagen, aber ich kann mich, ich habe einen Pabin, zu trachten, aber wie kann es dir mal sagen, kilikommelachtechuasie, du sagst, ich darf sagen, kilikommelachtechuasie, der Terezis, ki Judeh, Ashabbes, es hat Tugwiz, es maschliche Minde, in Ashabbes, es maschliche Minde, wenn ein Mensch hat die Klur, Und er weiß, dass er so ein Hachlutes, so ein Peilis, in der Schmalle und in der Schmöde ist. Das ist falsch. Es kommt der Schabbos. Es ist ein Puter von der Gescheide, wenn er die Tüche über die Tasse ist. Es ist ein Puter von der Gescheide. Jetzt wird der Mensch ein Gescheide, wenn er sich ein Peich und Teuch lebt. Das ist ein Gescheide, wenn er zusammen ist. Bei ihm ist es für dich zu sein, wie der Verschäffende sagt. Das ist falsch. Es kommt der Schabbos gewaltig. Ich bin ein Puter. Ich bin ein Puter von der Gescheide. Ich darf nicht mehr gut stehen. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist das Kame. Das ist das Babe, was du tustierst. Das bedeutet, dass du ihn mit uns in der Kirche bist. Die Kirche aus den Kirche bist. Das bedeutet, dass du ihn mit uns in der Kirche bist. Das ist die Kirche, die拜拜 in der Kirche bist. Die Kirche ist mit uns, wenn du ihn mit ihm hast. Auf Wiedersehen wurde der Schabbav. Das muss man nicht rechnen, das muss man nicht rechnen. Sie haben es kein Geheimnis. Die Kirche ist das Bild. Die Kirche beschreibt mir das jetzt. Das sage ich, dass er den Mann abholt. Dann sage ich, wenn er dir mit ihm oder diesem Doverfang sein soll, der Show macht. machen zu sagen, der Mann hat das Lachen. Das ist unmöglich. So, Alkohol, ich habe gesagt, es fehlt etwas in mir, als ich kann nicht das Kinecken, von dem ich schon was ich habe. Ich kann sich nicht abteilen, von dem ich schon was ich habe. Alkohol liegt in mir an gewissen Kindern, als der hat das Lachen. Das tut er mir. Ich bin nicht ungezeugt, wenn ich nicht weiß. Ich will nicht, ich will machen, sich als ich trachte. Ich kann mich halt jetzt mit dem Trachten. Es ist mir schwer, das aufzulassen. So, mein Mann, der Kind aus, der Kamer ist schön, ich muss den Pirsch am Willen betuchen, betuchen und sagen, wir sind ruhig. Sie sind ruhig. Sie sind ruhig, da muss ich mich nicht trachten. Wenn du noch eine Kinder, muss ich nicht noch warten. Er hat nicht aufgegeben, auch nicht. Weil euch, hier, wo wir uns alle haben, hat er erzählt, dass er mich alles erzählt hat. Hat er erzählt, dass er mich alles erzählt hat. Ich denke, du er habe mir nicht, dass er Menschen werden verleiden. Ich rede nicht jetzt in der Heilig, sie sie geit sich toschen, sie sie geit sich nicht toschen. Ich rede nicht jetzt wegen dem. Ich rede mir jetzt wegen der Heilig aufgeben. Wenn sie steht, er vielleicht nicht, ich habe mir nach, als er wurde, soll er um, steht nicht, dass er halten, dass sie geit sich toschen. Ja, ist nicht. Ja, ist mein, die geste auf. Der Hals, dass sie geit sich an, so ist er. Es ist ein Muschel, wenn uns wollte es gewählen, ein Muschel, ein Mensch, seit der Kuh fuhren auf der 17, sie fuhren, Exit 120, Exit 119, Exit 118, Exit 117, immer sollen fragen, wenn du da gehst, ich weiß nicht, wenn du schon nach Hause gegangen und schon 30 Exits sind schon gegangen, musst du mal gehalten bleiben dort. Für was ist das? Er hat es zufrieden dich. Für was ist das, weil er will dich nicht jetzt gehen? Für was ist das? Wenn er hat es zufrieden, die Sache, wenn er hat es zufrieden ist, für was soll ich verhalten, man nicht halten, also ich weiß doch, Exit 118, geht es schon kein Mensch, er hat es zufrieden. Der Terez ist, weil er hat es zufrieden, wie der Messias, also du, 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 und es liegt nicht bei uns, den Kinder, als auch gleich mit einem seltenen Beheirat, von Ose, von Ose, wie Asse, in der Maße. In der Heim, wenn er Gehse, ist eine Hand hintergegangen, aber der Mauer, warum ist das eigentlich, in der Heim, ist ein größer Gesiedes, ich bin ein Schinemes, Gesiedes. Ich habe alle ältere in den Gedenken noch entschieden in der Heim. Ich habe gesehen, dass ein größer Ischkuh, das ein Geister, die Herrscher, für sich entschieden. Sie haben gesehen, der Fall der Erste Weltkrieg, dass man versucht, zu retten, und man hat umgekehrt, dass er Wogen, wegzunehmen, durch Sprache, und man hat eine Masse mit Uzen, mit Putsch, wie man mit Gierse, und er gestanden, er gelernt, und man hat gesagt, dass es umgekommen wird. Und man hat ihm gesagt, man darfst ihn gar nicht schnell, schnell, ich habe gesagt, ein Minüt, ein Minüt, ich will nur duendigen. Er hat mir gesagt, mit Kännchen, nicht auf Pachit, mit Kitzel, und er hat gesagt, ich habe gestirbt, ich bin nicht gegangen. Er hat gefragt, wo ist der Behoor? Er hat gesagt, wo ist der Verleuglichkeit? Er hat gesagt, jeder Köln hat sich seinen Adress. Er hat gesagt, man darf nicht gehen, aber er muss nur duendigen. Er hat gesagt, dass das Kind war das. Die Ungezeugenkeit ist nicht du. Die Talmide, ich bin einer von der größten Ballermisse, ich bin der alten von Köln, ich bin der größte Talmide für das russische Land. Ich bin der größte in der Mitte, ich bin der Talmide. Als einmal ist er gestanden und hat die Macht auf Dule, damals in Russland, hat er angefangen an den Rand zu schießen, immer bis zum Möderisch. Aber ich weiß, die Macht auf Dule, so um die Talmide, also nicht nur, als er sich nicht erinnert, wie jeder meint, aber es hat sich nicht erinnert, von dem Kass, es hat sich nicht erinnert, nur nicht. Das ist normal, was soll ich sagen. jetzt gehen wir das Ruhig zu sagen. Aber der Blot kam mir schon in dem Dusses Bittuch, Bittuch, und meinst du, das ist ein Ruhigkeit. Das ist ein Ruhigkeit, zu sagen, zu hoffen mit mir, zu sagen, es ist nicht mal ein Tage. Der Zahre du, der Zahra der Zahra ist ein Ruhiger, aber die Tage, die Tage, die Tage, die Jahre richtig, die nicht richtig, was darf ich nicht zählen, zu hoffen mit mir, darf ich mit dich mit einer Schattel-Tasel, ich gehe normal, es ist nicht normal, die normalen Menschen, ich gehe nicht, Das ist nicht du, das ist normal. Das ist normal, das ist nicht normal. Aber es ist nicht so, wie oft viel, als ich das machen kann. Und wenn ich mir, wenn ich mich nicht richtig machen kann, weil ich nicht mag, dann schafft es mir die Tage. Noch eine Kette ist, der Matze wird schwarz. Das ist sicher, wenn ein Mensch bei mir ist. 50-50 wird er sicher. 50-50 wird er sicher. Das hat sich tauschen, der Matze? Ich weiß es nicht. 50, ja, 50 nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine Kette, die Kammer ist schön, aber das ist eine Kette von Betuchen. Das ist eine Ruhigkeit. Aber, die Juden als Rav lernen, das heißt, das ist als ein Mensch. Betuchen ist nicht nur eine Ruhigkeit. Betuchen ist eine Schalbe, eine Nefisch, eine Gehe, eine Neuweih. von der Wort Trosten. Betuchen ist Tatsch, Trosten. Das ist Tatsch, Betuchen. In der Pashtus, was meint Trosten, nicht mehr lernen, was der Pashtus ist. Das ist ein Schach, der Film der Gussaini, der Insel Madreie. Aber das ist auch, was lernen, Betuchen meint, am Walzik, als Betuchen meint, Svet sich Toschen, Svet Zangit, der Pashtus ist, allein in der Luschen für den Pei, der Yoyitz. Das ist und andere Werte ist, es ist bei mir eine Bureka schämisch, wo du so schön hübschst von der Mühne. Eine Mühne, mit Zadam, wo du es gekannt meinen, ist an der Haibisch der Frieden der Welt. Sie erfügt es mit Toivusi. Sie erfügt es mit Toivusi. Das ist schön, das heißt, ich trost. Ins tracht man durch seine Sache. Also wenn ins Volk mir gewöhnt, wenn nicht so hat mir gefühlt, geh mich ein bisschen dem Regen. Lauf mich ein bisschen für ihn dem Regen. Das ist betrunken. Also wenn ein Bureka schämisch, als wenn ins Gemme verinnst über das Redel, und kann kiehzeh nicht gewöhnt anders, wenn es mit dem Thunbild. Kol mei der Ovid Rachmune der Tav Ovid. Das ist deine Kinder bepascht das von betrunken. Also ich stehe bekam, bekam er schön nach bis an Wobis. Auch ist das so. Kol mei der Ovid Rachmune ins Trost mit dem Eibischen. Also wird alles getehen auf die Beste wo sie noch schaue. Sie kennen ich sie besser. Also darf es zusammen und wenn es in Zübe gegeben, wird man es getehen akkurat. Also wie es wird alles geführt. Wenn es wird im Film bilden. Wie es wird geführt die Welt. Jetzt wusste das mit Jesse geworden. Mit Eiche teisse. Mit Eiche teisse. Wie ist mit Jesse geworden den Kind von Bet Toch. Deine Kede von Bet Toch. Die Kiddusha Slaivi sagt in der Dvurem Sedris, in der Sauf Dvurem Sedris, ich meine, das ist Sauf-Pasch, es ist so, als sie in der Zuffen, sagt er eine meure Dige Sache. Er sagt, das sind wir gewohnt zu davenen, das sind wir uns gewohnt zu davenen, und es geht mit dem Beschef auf unsere Schissen, unsere Mitzvies. Das ist Sauf Dvurem Sedris, das ist Sauf Dvurem Sedris. In der Füße, der Tag in der Kirche ist, hat das gar nicht mit Klalljusru. Das ist vielleicht auch die selbe Sache. Und also ist der Tag in der Kirche ist. Wie viele Leute auch an ihr Inweiha Gedäule, soll auch ein Tag nicht, wo man es nicht mehr hat, bis sie gewöhnt hat, wenn man in der Kirche ist. Das heißt, der Tag in der Kirche ist, ist nicht der Tag in der Kirche zu Klalljusru. Aber die Juden, ist nicht der Tag in der Kirche, was sie hat mit Klalljusru. Und wie die Kirche ist, wie die Kirche ist, wie die Kirche ist in der Kirche, was sie in Klalljusru. Wie steht das? In der Kirche ist, wo sie wohnen, wo sie mit Klalljusru in der Kirche ist, in der Kirche ist mehr wie die ganze Brieche. Sie sind dir in der Kirche von der Kirche, was sie in der Kirche fragen. Der Ramban fragt schon in der Kirche. Steigt denn das Ere Sadibrisu Neuchi Aschemel Keicho, Asche heute sei sicher, mein Ere zum Zerayem. Frägt der Ramban, Verwusser hätten von Asche heute sei sicher, mein Ere zum Zerayem. Verwusser nicht von Asche beruhs sicher. Verwusser nicht von Asche beruhs sicher. Verwusser nicht von Asche heute sei sicher. Ist der Ramban geht daran, an seine Kirche. Steigt aber in Zwurr, weil du steigt die Yisod von Betuchen. Du steigt es und du bist mit Klalljusru und in Minna. Und Neuchi Aschemel Keicho und du bist in den Mitzwiffen in Minna. So wie der Ramban schreibt und umfängt, der erste Heilig von dem Ramban, schreibt dem Ramban in seine Seife. Yisod und Yisodis die Lachamensche Jeschua Muzirischen. Wenn der Ramban steigt und wurde im Reflum und wurde im Mundschäzter angegangen, Yisod und Yisodis. Das heißt, wenn der Ramban nur mit Galle geweihen, als die Liederschaft hat das Yisod. Das hat das Fundament. In der Seife man kann sich bauen ein Haus und ein starkes Fundament kann man sich bauen alle Jelke und Ramban. Das ist der erste von dem Ramban und das ist die ganze Haus starke. Jiederschaft hat das Fundament. Aber die Yisodis eine Stärke ist ganz Jiederschaft stärker. In der Seife besagt, die Mure buche wakig wem in der Lach und stade wem in us a jich jie das ist die Fundament. Das ist die die Yisod teure. So to der Ramban Yisod hat Yisod Yisod ist. Der Fundament hat auch ein Fundament. Und das ist die Spitze. Das ist die Spitze. Und ich beginne mit der Kibrin und gesagt das was ein Zadig ist geessen von der zweiten Zadig ist weil er gewinnt in der Mure ist. Was er pushet also. Und der Mure ist Stärke ist alle Stärke. Das Lille wie Esrik die Film die Gneive die Geseide alles ist Stärke. Das ist die Yisod und ich habe es sehr lange in der Bier zu hören aber das ist der Fakt das steht in der Ramban. Bittuch in der Heilung von der Minden Du steigst in dem Pusik und euch Hashem der Kirche hast du heute das Sich um Eretz mit Zerayen Wie steigt das? Weil und euch Hashem der Kirche ist außer wo unser wo jahser nach all Hamasem Das ist der Pascht Aber du und der Teure hast du gesagt und euch Hashem der Kirche Er ist dein Gott zu du haben die Heilung zu dir Und wie steigt das? Wie hat man das gesehen? Ich habe schon heute Sich um Eretz mit Zerayen in der Woche der Kirche Und ich habe schon heute Sich um Eretz mit Zerayen Dort habe man das gesehen Das ist der Mieich und was er hat mit Kalalien zu und was 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 ist der Mieich in die Gede ist was ist Mieich in die Gede ist Pasch ist Also steht auch in dieser Woche in Gesedren. Wir sind so ein Volk. Kielia, du musst uns nur ein König, aber wer ist so ein Medina? Das ist das Kraljusser. Wir sind so ein Volk. Das ist ein Kieschen, das wir uns mit uns beschäftigen. Und das ist eine Miecheligkeit, das wir uns mit uns beschäftigen. Das ist ein Galle geworden, bei ihr Zies, Mitzrayim, der fährt der Luschen von der Geir, weil er kacht die Eschen wieder an. Das ist nur noch ein Kieschen, ein tieferer Kieschen. Und er rast dich nicht in den Ölern. Er rast dich nicht in den Ölern. Er rast dich nicht in den Ölern, sondern er rast dich nicht in den Ölern. Er rast dich nicht in den Ölern. Jusses und Leiche, leuchte, kam so ein Kieschen in den Ölern. Die Kieschen, was Kraljusser hat, und er rast dich nicht in den Ölern, ist so wie ich, wie ich bin. Das ist ein Lacharig, aber es ist ein tieferer Kieschen. Und das ist die Judier, den Pusik, von Buhn im Atem, Lashemel, 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 was Buhn im Atem, Lashemel, Lashemel, in der Havune, von der Scheune, meint das Amushel. Es ist ein Mushel. Es ist ein Mushel, also wie ein Rost zu bringen, der Kieschen, bei der Eibisch, der Havune, also wie ein Taten mit dem Kind. Es ist ein Mushel. Rascha auf der Platt sagt, Rascha sagt, Tamid im Kriam Bunen, bringt Rascha aerei, weil das heißt, dass jede Nacht umgegriffen, Buhn im Atem, Lashemel, Lashemel, Lashemel. Es ist ein Mushel. Aber jetzt weiß man doch aber alle, wo es der Tamid, Lashemel, haben Marke, gewöhnen, in Bittanien, die Verhaalt. Als nein. Buhn im Atem, Lashemel, 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 Mishel. Im Andern, Teuchay, Im Andern, Nuffach, Im Toichay, Nuffach. Jeder Jid hat, Acheileke, Lekah, Mimal. Jeder Jid hat, Acheileke, Lekah. Also wie uns weiß man, als jede Kind ist, geboren, geboren, mit Tippes, Moje, Chuhav. Es, Kelal, Jesruel, hat in sich, in Zeme, Andere, Mehiss, und Andere, Metzij, Lashemel, wie Agoy. Agoy hat, Norah, Nefesh, Abahami, Yis, In Nefesh, Abahami, So, du Achilles, zwischen Ayi, dem mit Agoy, wenn es in Zeme, in Zeme, Sessoranga, wie Dethani, Marech. Aber, wenn Neu, Zif, lez, Zeg, Dethani, Venefesh, Ascheines, Biyis, Ruh. Is, in Zeme, Acheileke, Lekah, Mimal. In Zeme, Kinder, ein Mensch fehlt. Was heißt, ich troste, was ich schaffe? Kolmei, da wird er, ich muss in der Tafel, wird. Was heißt, ich troste, ob ich es mir ist, ob ich es mir troste? 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 Ich weiß, wieso ich sehe aus. Ich weiß, was für ein Tag ich führe. Ich weiß, was für ein Leben ich brauche. Ob ich es mir so sicher, dass ich auf dem Eibeschen das Gitte sahe? Das alte Kind, weil ins Versteigen ist, der Keische, was uns haben wir mit dem Eibeschen. Ins Versteigen ist, wo du es mein, Gune, im Alter, mit dem Eibeschen zu sehen. Du bist so mäßig, bis ins Kommen ist, gleiten, das ist richtig. Das ist ein Jeschwefer, ins, das zu kennen, mit Kabel zu sein. Ja, das ist tatsächlich, man ist so. Es bleibt in einem Tanje, es bleibt nicht in uns. Aber so ist es. Und wenn uns weiß man das, weiß man uns doch. Also viele Brühe, Bische Brühe. Das ist ein Massen, mit dem Belseruf, sich in der Brühe, mit dem Besuch in der Dorf, das ist ein Belseruf, das ist ein Belseruf, das ist ein Belseruf, das hat sich nicht so aufgefallen, wie es sein darf zu sein. Und er hat gewollt, eine gewollt, eine Vernummer, der hat gut gesagt, nach seiner Babbe, seine Seite. Er hat gewollt, und der Scheiss Belseruf ging auf einen Schafenplatz, was nicht gewollt hat, dass es ein Belseruf, hat sich schon aufgefallen, wie es sein darf zu sein. Er hat ja gewollt. Ich habe mir gesagt, ich habe einen Stikel, ein Stikel mal rufen dort, sind wir reingegangen zu Belseruf. Belseruf hat ihn mal hier viel gerufen, hat ihn gefragt, wo ist es? Hat er gesagt, er will da, hat ihn gefragt, wann weiß da deine Mutter, will da nicht vieles? Hat er gesagt, denn du, ein schlechter Kind bei der Mutter, in Belseruf hat er angefangen zu weinen. Beinkache, Beinkache, kriege ich in Bohnen, hat er in der Maie gepasst. Er hat sich ein Schäublech gepasst. Beinkache, Beinkache, kriege ich in Bohnen. Er hat viele Leute da, wo ich die Suche. Sie sagt, die Mutter, in Bohnen, die Mutter, das ist eine Flamme, Viele Leute da, wo ich die Suche. Beinkache, geht nicht, Beinkache, kriege ich in Bohnen. Nicht so wie jeder. In der Schiefersachsen steht in der Paskin. Das ist ein Schäublech. Jeder hält, was manche eine auswählen, was sie nicht mehr in der Bohnen. Du sie gewähren an den Kitten, Bille Marusche, dass sich gekannt von Steinerfülle. Bille Marusche, nicht gekannt von Steinersamen, nicht so. Bille Marusche, die dir hat gebringt, Korbunis. Was ist der Geist, der gewollt schlechten Schäublech Jesu, und ich bringe Korbunis? Was ist der Geist, wenn du bringst Korbunis? Korbunis schreibt, Reicht, Nechoyach, Lechem, Korbunis geht an, der Ui-Mekaneifisch. Er hat gehalten, die Käse, für die Eibisch, die hat ein Klai Jesu, und das ist ein Wohl, das ist ein Fein, das ist ein Volk. Kiegt, Möi, die Gesüde, ein Titzer, Möi, die Möi, die Möi. Er hat ein Kind, die größere Schäuble, er hat ein Kind, und der Kind hat alle Zürich, die Schäublech, alle Probleme, ein Koch, alle Probleme, jede Fein, jede Sache, der Kind gewinnt. Er hat ein Kind, und er hat ein Talmud, und er hat ein Kischernippel, und er legt sich mit dem Schuh, das ist bei Nacht, und er hat ihn spazieren, mit dem Talmud. Er hat ein Nachher gewinnt, der Talmud, und er hat alles wiedergegeben. Segen Absolu Salantis, der Ausbrechen, das ist reife. Er darf raten, wenn einer von der zwei, der dem Talmud, oder dem Sinn. Sie müssen die Ratte werden, die Ratte werden. Quando, wer hat den Chaffen nach? Wenn man es täglichen, den ganzen Tag. Es ist eine Sache, nicht gesagt. Wenn es kommt aus den Pnimmies, wenn es kommt aus den Pnimmies, wenn es kommt aus den Pnimmies, dann wird er das Tackabä azmi. Es gibt auch kein Gebot, gar nicht. Das hat Bilo, man schon verstanden. Bilo war gehalten, er ist endlich, der Hafer wird ein bisschen Ich bin tief, tief, tief in den Morgen mit der Neufigkeit. Dort bin ich umgegangen, dort bin ich schelten, ich bin in der Nacht noch Ärger. Wo ich tief habe, kriege ich den Raum, als er der Hafer noch gerissen. Ich bin ein Zeugnis, ich sage mir, du bist eine Neufigkeit. Man schreit, man sagt, man ist eine Neufigkeit, man macht sich kein Geduld. Ich bin ein Zeugnis, ich bin ein Zeugnis, ich bin ein Ungeweihter. Ich bin ein Zeugnis, 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 ich bin ein Zeugnis. Dem ist es mir, dem versteht man, Ich bin ein Zeugnis, ich bin ein Zeugnis, ich bin ein Zeugnis, ich bin ein Zeugnis, wir steigen ein Zeugnis, der Zeugnis. Buhn im Atem, in der Zeugnis, leist es geüdet. Rasche sagt, dort redet man ein Mensch, zerrissen, man sagt, das Zur ist ein Mess, leist es geüdet, du erlaubst, du wirst dich kratzen, du wirst ausficken, du wirst. Steigt fahrt, dem Buhn im Atem, in der Zeugnis, es rasche Lehren, das ist mein Zeugnis, das passt nicht, das ist mein Zeugnis, das ist ein Zeugnis, der Zeugnis, der Zeugnis. Acha, she-taydi, sh-a-tem-bunim-la-Shem, du hättelus, nevn-azre, Acha, she-taydi, sh-a-tem-bunim-la-Shem, w-hi-o-j-av-e-v-e-s-chem-i-yo-i-s-am-ay-hu-av-le-ben. Er haten, kmerli, wie hatatot, Liebesseh, eigena Kind, al-tas-go-idit-di-al, kolmah, schia-sa-seh, Und dann haben sie gesagt, Du, ich habe dich durchgedrängt. Oh, okay, fine. That's it. Wachschmeffen, ey. Du stehst durch das Kind. Und das bringt uns noch tiefer. Ich frage mich alle. Ich will sehen, ein zweites Kind, ein durchläufender Gast. Du, okay, genau, doch läuft in der Gast. Ich will sehen, ein zweites Kind. Ich muss dich im Team und schreien. Wieso sagt er mir mein eigenes Kind? Ich muss mich zusammenpatschen. Ich weiß. Ich habe das Kind schreit und dein eigenes Kind schluckst. Ich weiß. Ich habe das Kind. Ich habe das Kind. Ich bin ein Mensch. Das macht mich ab. Ich kann mich nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich muss mich nur in der Tat, dass mein eigenes Kind etwas geschehen. Ich mache es sicher. Ich mache es dir richtig. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. aber von mir kommt die Reaktion. Von einem Stück ihr habt. Von dort kommt es. Ich mache noch mehr. Ich will fragen an Charles. Was ist Kraft für uns? Zu suchen für ein Kind. wir haben uns ein Fies auf. Ich gehe jetzt mal mit. Ich komme zu dir. Ich mache es nicht mehr. Ich habe kein Geld in der Geschäft. 20 Dollar, 30 Dollar, 40 Dollar. ganz lacht. Und als ich gesagt habe, mein Kind, hey, mein Haus, du hast dich nicht aufgeführt, du musst bleiben in deinem Heim. Jetzt ganz, noch Mittag, Schabbos, noch Mittag, du kannst dich nicht rausgehen. Das Kind weint ein bisschen. Ich verstehe, ich bin 16. Ich meine, es ist ein Mechanism. Er wechselt das Periode. Ich meine, das Kind weint, es setzt und klappt. Und ich sage ihm, Möichel, ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Ich lasse wissen, du hast dich nicht aufgeführt, du hast dich aufgeführt, du hast dich nicht aufgeführt, du hast dich nicht aufgeführt, Du hast dich nicht aufgeführt, und du hast dich nicht aufgeführt, ich kenne es nicht aufgeführt. Ich habe nicht das Herz. Aber der Mensch, das ich mir gab, das nimmt überall alles. So wie steckt mir in der Haare, wenn man es manisch bekommt, oder wenn man es nicht aufgeführt hat. Such dir bei meinem Geist, weil man es richtig versteht. Das ist ein Schatten, die wir heute sehen, mit der Saperunie ist. Sie sehen, die wir heute sehen, mit der Saperunie ist. Es liegt eine Sache, in der Haare, wenn der Ei bist, und er darf nachdem, dass er nicht aufgeführt hat, wie er das Schatten für das Kind darf. Sie nimmt auch eine Sache, Sie drückt sich aus, hinter mir mehr an. Wenn er nicht so liebt, schau ich nicht. Der hart ist mir nicht gefährlich. Ich kenne es nicht, aber es ist mein Kind. Es ist mein Kind. Ich kenne es nicht, ich kenne es nicht, es ist mein Kind. Ich habe nicht gearbeitet, es liegt hinter mir mehr an. Es liegt in der Haare. Wenn Jeden seinen Ausgang von den Bissamiknisch ist, ist es spät. Wenn Jeden seinen Ausgang von den Bissamiknisch, wenn es zu Hause war, wenn ich in die Mase komme, wenn ich nicht richtig wenn ich zu Hause bin, wenn ich zu Hause bin, ich bin mit der Haare, wenn ich zu Hause bin, wenn ich in der Haare bin, ich bin mit der Haare, ich bin mit der Kale. und er habe die äußere Zäune schon mücken. Man meilt das ist deine Kinder von Betuchen. In der wilden Messei im Saal, auf viele die, was halten, als Betuchen meint, du hast eine Sache, was halten, du reizt auf deinem Grundschutz herangehen, als Betuchen in der Tasche, dass es Wett sagen geht, steht aber in alles zuhören, das ist nur, wenn man heute hat, wenn man hier ist, in der Wissen zu reden, jetzt. Wenn man im Saal steht, Sadiq, wenn man mit dem Sardin, mit dem Sardin, mit dem Sardin, Pusheb Schaaf meint, das ist so, wenn man mit dem Sardin, dann ist das so, wenn man mit dem Sardin, in der Mitte Sardin, zu dem Sardin, wenn man mit dem Sardin, mit dem Sardin, wenn man mit dem Sardin, mit dem Sardin, in der Mitte Sardin, in der Mitte, es ist eine Mammtik, also wie Gisemachisruhe, oder so, Sachasture, Pi, wenn man ein Kind verständigt, so Gisemachisruhe, eben ein Kind verständigt, nur wie ich es nicht verständigt, nur wie ich es nicht kennen will, der Rege etwas zu sagen, oh, Janke, das ist ja, so kann ich es nicht. Es ist nur, Es ist ein Hastur. Und wenn es geht darum, dass es ein Hastur, dann muss es sein, dass es ein Gala der Pneum ist. Und der Pneum ist es Geisset. Und ich habe das Ende genommen mit dem Wort. Steigen bei meinem Chaim, ein bisschen Schniffl. Es geht durch Geisset und es geht durch Gewiere. Gewiere ist Starkheit. Das sagt er bei meinem Chaim. Also wenn Gewiere nicht auf Geisset, dann sagt man Geisset. Was er kommt durch Geisset, bedeutet Gewiere für Starkheit. Es ist schwer zu leben. Aber so ist es. Und in allen Schlechten und in allen Schweren machen wir das Wort Schlecht. In allen Schweren machen wir das Leben. In der Kiesche wird ein bisschen mit uns. Es ist damals die Hälfte der Scherfe als in allen Schweren der Pneum ist. In der Kiesche kommt mit einem Gehirn. Und ich will noch mit dem eine Kinder zu Ende gehen. In das weiß man alle, als in allen Schweren der Möden 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 wie soll eins wie soll die Möden die Möden von uns die Möden die Möden die Möden der Möden als in in sich heilig, in gescheitem Leben, in der Schwester zu zaubern, wenn es du die Allagmes neufig bist, wenn es du, wenn Kinder tun Sachen, wenn ein Läuler für dich kommen. In Mööre-Zahn, wenn ein Kind der Pneum ist, in Mööre-Zahn der Pneum ist die Gehawe, in Nicht-Losende-Chezäunis, die Gehergaischen ins Iben nehmen. Nur Leben mit einem Pneum ist, Leben mit den Gefühlen von einer Tate, von einer Mama zu einem Kind, mit dem mit einem Du bist zu helfen. Der Beginn, wir können mit einem Rache Malabriis, mit einem Rache Moolab und Aschamayim, wenn es euch werden, der Pneum ist, 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 der Gehawe, was Bilem hat uns gekannt, massig sein, wo der Eibisch da hat sich Klaalis ruht. Der Eibisch soll helfen, in Sommers von Seuche sein, es soll das Galle werden, der Rachmem, der Gehawe von dem Eibisch, in Vigili, in Sommers von Seuche sein, zu diesem Mann, was uns nicht können sagen, als ich weiß, es steht, als jetzt ist, auf eine Bessere Teufe, macht man eine Teufe am Eitiv, und auf eine Bessere Ruhe, sollte man da in der U.M. Aber wenn er aus dem Lauf, wo er sagt, Hakel eine Teufe am Eitiv, wie er dir, der Pyrrisch von der Haflühe, in Sommers zurückkippen, und können sagen, auf alles eine Teufe am Eitiv. Soll der Eibisch da helfen, in Sommers von Seuche sein, sei, solche Sachen, zu der Gehele, zu der Prat, bis es Galle werden, mischiert es keine, in Sommers von Seuche sein, zu der Wiese, zu dem Zedig, zu dem Mann, bis in Sommers kann, eine Seide, noch zu der Teufe am Eitiv, wie es Galle Zedig, um Heiru, wie er meine Umrein.